Hallo und jetzt willkommen zu einem kleinen, etwas speziellen Video auf meinem Kanal. Ich bin Broken10 und ja, ich muss ein paar Erklärungen loswerden und mal mit euch allen sprechen, beziehungsweise mit meinen Abonnenten, die aktiv sind. Ihr wisst ja jetzt, es ist ein neuer Patch draus gekommen, 9.18, 19, 19 glaube ich, glaube ich. Ich habe da, ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, 1.8 oder 1.9. Nein, mit neuen Panzern, das bedeutet aber auch, dass eine, beziehungsweise ich kann alte Replays nicht mehr abspielen. Das bedeutet, alle Replays, die ihr mir eingesendet habt, sind futsch, beziehungsweise ich kann sie nicht mehr abspielen. Ich habe einen anderen Weg versucht, ich habe jetzt gut eine halbe Stunde versucht, oder eine Stunde fast, oder sogar eine Stunde versucht, die irgendwie abzuspielen, habe im Internet gesucht, ich habe nichts gefunden. Ich habe so schöne Replays von euch bekommen, von dem Max habe ich zwei Stück, eins wäre sogar ein Replay of the Week geworden. Nur, ja, ich habe es einfach mit der Zeit verpeilt, ich wusste nicht genau, wann das Update rauskam, war auch nicht ganz schlüssig, wurde jetzt gesagt, die nächsten drei, vier Tagen. Ich wollte heute alles aufnehmen, also eine kleine Aufnahmesession machen. Es hat leider nicht funktioniert, ja, weil gestern das Update kam. Ich wusste es nicht, weil ich in letzter Zeit einfach nicht in VOT aktiv war. Ja, also, Punkt eins, warum war ich nicht so oft aktiv? Weil mich in der letzten Zeit World of Tanks nicht gelangweilt hat, aber ein bisschen, nee, gelangweilt ist völlig falscher Ausdruck, aber ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen genervt hat, weil man immer sehr gerne fokust wird und irgendwann hat man das auch über, also Fokus in Matches oder auch immer wieder Geld farmen, also Credits farmen, da brauchte ich einfach mal zwei, drei Tage eine Auszeit. Und in dem Fall waren es sogar vier Tage. Habe ich dann ein anderes Spiel gespielt, vielleicht kennt man das, Mittelerde Mordos Schatten, habe ich dann stattdessen gespielt eine Zeit lang und einfach mal ein bisschen Abstand zu bekommen von World of Tanks, weil ab und zu braucht man das auch. In unserem Clan gibt es jetzt auch momentan der Pro-Like-Creeper, der Kai, und der Pro-Like-Leon haben auch jetzt eine längere Pause eingelegt. Das Wort ist, sie werden wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so oft hier auf dem Kanal auftauchen. Die machen auch gerade eine World of Tanks-Pause. Ich brauche da einfach mal drei, vier Tage. Weil wenn man merkt, irgendwann ist auch mal genug von dem Ärgern und so, dann muss man einfach mal drei, vier Tage wirklich nicht in World of Tanks Online gehen, weil es sonst einfach nicht funktioniert und weil man auch einfach dann keine Lust mehr auf dieses Spiel hat. Und dann bekommt man es über und dann ist es so wie bei mir, ich habe dann einfach mal zwischendurch ja auch mal ein Jahr Pause gemacht. das war, bevor ich mit YouTube und Streaming angefangen habe. Ja, wie soll ich euch das noch erklären? Ich hatte ja schöne Replays, genau sechs Stück von dem Moritz, einen mit seinem Jagdpanzer E100 und zwei sehr schöne von dem Max. Leider sind alle nicht mehr gebrauchbar, ich kann nichts mehr abspielen. Tja, das ist jetzt blöd und ich kann es leider nicht ändern. Es ist, ich wollte einfach in diesen wirklich vier, fünf Tagen einfach nichts mehr mit World of Tanks in der Zeit zu tun haben, weil ich brauche da einfach mal Abstand. Und ich möchte euch als Zuschauer auch mal fragen, also mir macht jetzt seit dem Update wieder World of Tanks richtig Spaß, weil seit dem Update habe ich zwei Stufe-8-Panzer geschenkt bekommen von World of Tanks, nämlich die A-Badshot-512T und den Bulldog. Die beiden hatte ich nicht in der Garage in der Zeit davor und die haben sie mir in die Garage gestellt. Fand ich sehr, sehr schön. Hab Wargaming auch mal sehr gut gemacht, dass sie die 8er-Panzer einen in die Garage stellen. Und falls ihr alte Premium-Panzer habt, könnt ihr die jetzt auch noch tauschen gegen neue. Also wenn ihr zum Beispiel einen T-34 rumliegen habt oder so den überhaupt nicht braucht, ich werde meine alle behalten, aber jetzt als Beispiel, wenn ihr einen anderen Panzer lieber haben möchtet, könntet ihr ihn verkaufen, kriegt 50% des Preises zurückerstattet und könnt damit einen neuen Panzer kaufen. Genau, des Weiteren möchte ich euch einfach mal fragen, habt ihr Lust auf andere Spiele, habt ihr Lust auf was Neues oder wollt ihr weiter, dass ich euch meine und eure Replays sozusagen kommentiere, euch zeige und einfach, ob ihr noch wirklich daran Spaß habt. Weil, ja, ich habe schon jetzt überlegt, ob ich mal ein bisschen in eine neue Richtung gehe. Ich bleibe bei World of Tanks. World of Tanks wird immer mein Hauptspiel bleiben auf diesem Kanal. Das war ja auch der Sinn der Sache. Aber dass wir vielleicht so ab und zu eine minimale Abwechslung haben. Ich habe schon ein Spiel im Visier. Das ist das Mordor oder Krieg des Schatten. Das ist der zweite Teil vom Mordor Schatten, Mittelerde. Das würde ich gerne auf meinem Kanal als Let's Play bringen, wenn es das Spiel draußen ist. Das kommt jetzt in den nächsten zwei Monaten oder so. Ich habe keine Ahnung. In den nächsten zwei Monaten kommt das raus. Dass es so ein-, zweimal die Woche auch kommt. Und ja, ich lade ja momentan jeden zweiten Tag ein Video hoch. Der Content, also der Upload meiner Videos hat sich jetzt ein bisschen verringert. Einfach, weil ich noch was anderes, also weil ich noch Schule habe, lernen muss und gleichzeitig noch was mit meinen Freunden mache und all sowas. Also Privatleben natürlich, wie jeder hat. Mache ich natürlich auch noch. Und ja, in diesen fünf Tagen ist mir einfach, habe ich so ein bisschen einfach generell über meinen Kanal nachgedacht, was man noch verbessern könnte. Natürlich, ich könnte schneiden. Das Problem ist, das bräuchte noch mehr Zeit und momentan habe ich sie einfach nicht. Und ich könnte neue Videos bringen. Ich könnte aber auch so weitermachen. Ich habe damit kein Problem. Macht mir natürlich Spaß. Ich meine, mir macht YouTube Spaß. Und nochmal so, für die Leute, die etwas neuer sind auf dem Kanal, ihr müsst verstehen, ich verdiene durch YouTube, durch Streaming oder sonstiges, was ich euch sozusagen zeige, habe ich jetzt noch keinen einzigen Cent verdient. Das bedeutet, ich mache das ohne Monetarisierung. Ich kriege kein Geld durch, dass ihr mein Video liked oder anklickt oder was auch immer. Mir ist einfach nur euer positives Feedback, finde ich sehr, sehr wichtig für mich. Ich finde das einfach nur schön und möchte euch einfach was zum Anschauen bieten. Und ja, genau, dass ihr so Bescheid wisst. Ich werde jetzt wahrscheinlich morgen mal ein Live-Gameplay machen. Das bedeutet, ich werde mich morgen mal hinsetzen und ein Stündchen einfach nur alleine fahren, rumfahren und das einfach aufnehmen. Je nachdem, wie es rauskommt, da seht ihr mal, was man so alles fabrizieren kann, wie man alles nur so verhauen kann in einem World of Tanks Game. So muss das. Und ich möchte mich auch wirklich nochmal bedanken, so in den letzten Videos, auch wenn das schon relativ lange her alles ist, in der Woche und so, seid ihr doch relativ aktiv geblieben und ihr seid auch alle noch schön da und euch gefallen ja meine Videos, sonst würdet ihr alle den Daumen nach unten machen. Das ist auch ganz wichtig. Wenn euch meine Videos gefallen, gerne immer ein Däumchen geben. Wie gesagt, ich verdiene keinen Cent dran. Es ist einfach nur, um für mich zu wissen, macht es euch Spaß, mir zu zuschauen oder nicht. Natürlich könnt ihr immer Verbesserungsvorschläge mir in meine Kommentare schreiben. Ich beantworte auch so schnell, wie es geht. Auch mit meinem Zweitaccount, alles in 10. Damit ihr einfach mal Bescheid wisst, was jetzt gerade so abgeht. Ich habe halt, wie gesagt, in den letzten Tagen wirklich einfach mir so überlegt, was man hier noch so machen könnte. Aber definitiv werde ich ein neues Spiel bringen. Das wird aber erst so sein, wenn es dann rauskommt. Ja, so im Allgemeinen. Es tut mir jetzt leid, dass ich leider total verkackt habe mit den Replays. Das ist echt Wahnsinn. Immer zur falschen Zeit die Aufnahmesession machen. Das ist wirklich super. Ich kann es nicht ändern. Wie gesagt, ich kann nur wiederholend sagen, es tut mir wirklich leid. Ich kann es nicht wieder rückgängig machen. Ich kann leider diese Replays nicht abspielen. Also ich kann euch das gerne mal zeigen. Ach, die kann ich euch nicht, weil ich kein Replay mehr habe. Die habe ich alle gelöscht. Das ist ja super. Ja, und ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlimm für die Leute, die mir wirklich die absolut geilen Replays eingeschickt haben. Ihr kennt ja Maxi und der Moritz und der Paul. Die haben wirklich absolut geile Replays hingelegt. Und dann möchte ich mich auch noch wirklich bedanken. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu blöd für sie, dass ich leider sie nicht zeigen konnte. Ja, dann wünsche ich euch wirklich auch einen wunderschönen Tag. Ganz wichtig noch, wer heute Bock hat, heute Abend gibt es wieder einen Livestream auf Twitch Broken Scene. Ihr kennt das ja. Wird wieder ganz entspannt. Ein ganz entspannter Livestream für euch alle. Jeder, der Lust hat, kann gerne zuschauen. Wenn nicht, dann nicht. Und ihr könnt auch mitfahren. Also ich fahre mit zuschauen und genau. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Genießt die Tage und vor allen Dingen auch den 1. Mai und all sowas. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, das dann morgen kommen wird. Aber wahrscheinlich etwas später. Also ich bin morgen den ganzen Tag unterwegs. Also ich bin erst gegen Abend kommt dann das Video. So 7 bis 8 Uhr. Nicht, dass ihr euch verwundert, oh, da kommt schon wieder kein Video. Er hat es aber angekündigt. Diesmal morgen kommt definitiv noch ein Video mit Live-Gameplay. Genau, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüssi!